Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Wir schauen uns heute die Panzer im neuen Heu 4 Update an und vor allem auch den Panzerdesigner, der mit dem No-Step-Back DLC dazukommt. Bevor wir uns aber jetzt mit den Panzern an sich beschäftigen, schauen wir uns mal das Große und Ganze an und das sind die Gefechte mit Panzern im Allgemeinen. Da müsst ihr nämlich, ich im letzten Video schon ausführlich erklärt habe, zum einen extrem auf die Infrastruktur und den Nachschub achten. Deswegen einfach nur den schwerstmöglichen Panzer zu bauen, keine so valide Option mehr ist. Dazu habt ihr verschiedene Gefechtsbreiten, zum Beispiel haben wir in der Stadt eine Gefechtsbreite von 96 plus eben 32 für andere Richtungen. Im Gebirge sieht es nochmal anders aus, in den Hügeln haben wir beinahe schon die gewohnten 80 plus eben 20. Dementsprechend könnt ihr ganz andere Einheiten bauen und ihr könntet zum Beispiel spezielle Divisionen bauen, auch mit Panzern, die einzig und allein dafür da sind, um in der Stadt zu kämpfen, weil es da jetzt inzwischen ganz coole Anpassungsmöglichkeiten gibt. Dann kommen wir zum Panzerdesigner. Das Ganze funktioniert so, dass ihr in der Forschung erstmal eine Wanne erforschen müsst. Ich habe jetzt per Konsole einmal alles durchgeforscht, ihr werdet gleich sehen, warum. Und da könnt ihr eben die Wanne erforschen, die natürlich auch standardmäßig verschiedene Werte hat. Der Panzer ist standardmäßig schneller, langsamer, stärker. Ihr könnt allerdings auch einen leichten Panzer zu einem sehr schweren Panzer machen und einen Panzer mit einer schweren Wanne quasi eher zu einem leichten Panzer. Wird sich zeigen, ob davon irgendwas sinnvoll ist, aber vermutlich erstmal nicht. Sobald wir einen Panzer erforscht haben, können wir hier bei Produktion auf Panzer gehen und dann müssen wir uns ein Template raussuchen. Wir haben jetzt eben durch die abgeschlossene Forschung hier schon ziemlich viel. Wir können uns einmal einen modernen Panzer zum Beispiel raussuchen. Wir kennen diesen Designer quasi vom Schiffsdesign und ich will mit euch mal die grundlegenden Dinge durchgehen. Wenn ihr wirklich erstmal nur gegen KI spielt und ihr wollt nicht irgendwie eure Army Experience sparen, dann lohnt es sich wirklich zu sagen, automatisches Verbessern. Habt ihr nämlich hier zum Beispiel eine Kanone drin und ihr baut eine, forscht eine neue Kanone, dann wird quasi automatisch die verbesserte Kanone dort eingestellt. Es kostet euch Army Experience und gegebenenfalls wird der Panzer teurer und muss umgebaut werden. Aber es lohnt sich nach unserer Einschätzung aktuell auf jeden Fall. Wenn ihr wirklich die Zeit habt, ist es zum Micron, könnt ihr es natürlich auch selber Micron. Wir könnten jetzt jeden einzelnen Wert im Detail besprechen und ich bin mir absolut sicher, es wird in ungefähr ein, zwei Monaten Videos geben mit über einer Stunde Länge, die genau das tun werden. Mein Ziel ist aber euch wirklich nur so ein bisschen durchzuführen, sodass ihr selber Spaß daran habt, Panzer des Designs und auch einfach mal ein bisschen was ausprobieren könnt. Dadurch werden wir uns jetzt trotzdem kurz die Werte anschauen, aber einfach mal so allgemein hier unten haben wir quasi den Unterbau vom Panzer. Alles was man braucht bezüglich Panzerung, Motor, Getriebe und so weiter. Ihr habt hier verschiedene Werte, die meistens den Panzer gegebenenfalls schneller machen oder die Zuverlässigkeit steigern. Eine Zuverlässigkeit von über 100 bringt nicht sonderlich viel. Ihr werdet aber merken, dass da ein hoher Wert sehr wichtig ist, weil alles was wir jetzt auf den Panzer draufschrauben, die Zuverlässigkeit senken wird. Und vielleicht so als kleiner Richtwert, darüber wird sehr viel gestritten, aber man sollte nicht unter 70 fallen, so optimalerweise ein bisschen drüber. Aber wir können hier verschiedene Module für die Laufrollen auswählen. Wir können verschiedene Panzerungsarten auswählen, die eben den Panzerungswert erhöhen oder auch Verteidigungswert erhöhen, aber eben auch die Produktionskosten, die wir hier unten sehen, beeinflussen. Also da könnt ihr jetzt immer noch entscheiden, ob ihr einen teureren Panzer haben wollt oder ob ihr einfach nur so billige Panzer wollt, die kaum Panzerung brauchen, weil sie zum Beispiel nur dafür da sind, Infanterie zu vernichten. Also da habt ihr quasi immer so einen Trade-off, wo ihr euch zwischen allem Möglichen entscheiden könnt. Bei den Panzern habt ihr auch nochmal Gasturbinen. Ihr habt den allseits beliebten Elektromotor, der übrigens die Zuverlässigkeit massiv senkt, aber dafür den Durchbruchswert erhöht, aber auch die Geschwindigkeit senkt. Und den, der wahrscheinlich von den meisten Leuten verwendet wird, der Dieselmotor, der einfach die Zuverlässigkeit noch weiter erhöht. Wichtig ist natürlich auch der Treibstoffverbrauch. Wie erwähnt, die Infrastruktur spielt eine große Rolle. Da sehen wir jetzt hier die Gasturbine, die gibt es so bei den modernen Panzern, die erhöht zwar die Geschwindigkeit, aber verdoppelt eben auch mal kurz den Treibstoffverbrauch, was natürlich nicht ganz optimal ist. Spaßiger sind natürlich die Gefechtstürme. Da haben wir immer eine Hauptbewaffnung, beispielsweise die schwere Bewaffnung. Und hier können wir uns jetzt richtig viel rausholen. Wir nehmen jetzt einfach mal die einfache, schwere Kanone. Dann haben wir noch einen Turm, da können wir quasi einen schweren Turm beispielsweise draufpacken. Wenn wir jetzt einen schweren Turm draufgepackt haben, können wir übrigens später hier bei den Geschützturmen dementsprechend auch schwerere Waffen obendrauf bauen. Dann können wir noch einen verbesserten Lauf nehmen. Dann können wir zum Beispiel noch ein zusätzliches Maschinengewehr draufpacken, was den Soft-Attack-Wert erhöht. Und was gibt es denn sonst noch? Wir haben zum Beispiel noch Nebelwerfer und so weiter. Da gibt es also unendlich viel. Wie erwähnt, da wollen wir jetzt gar nicht großartig drauf eingehen. Wichtig ist nur, vielleicht, dass ihr das mal so halbwegs einschätzen könnt, diese Waffen, die ihr da bekommt, die erforscht ihr. Und zwar nicht so, wie ihr euch das vorstellt. Wir sind zum Teil extrem versteckt. Also wenn ihr zum Beispiel Pucks verbessert, dann verbessert ihr auch die Hochgeschwindigkeitskanone. Oder das weiterentwickelte Schwere, Geschütz beispielsweise. Es ist also wichtig, immer alles zu erforschen. Ihr werdet also die Flak erforschen, ihr werdet die Artillerie erforschen. Bei dem Nebelwerfer bekommt ihr einen Raketenwerfer. Ihr könnt also irgendwelche Stalin-Orgeln nachbauen, wenn ihr das hier erforscht. Und so könnt ihr eure Panzer quasi von der Komplexität ja bis ins Unendliche verfeinern, historische Panzer nachbauen. Oder auch ganz komische Kreationen entwickeln, wie komplett schwere französische Panzer, die quasi nicht mehr fahren können, aber wenigstens einen Tiger zerschossen bekommen. Und da wollen wir jetzt mal kurz ein bisschen durchgehen, um euch mal zu zeigen, was da zu beachten ist. Und wichtig ist, wenn ihr schon etwas vorgefälligt habt, dann passiert es wie mir hier gerade, dass ihr quasi wie gewohnt nur die Varianten anstellen könnt. Wir nehmen hier jetzt mal einen simplen, schweren Panzer. Da können wir übrigens auch den Motor und die Panzerung noch verbessern. Das schaltet ihr auch über die Forschung frei. Und zwar funktioniert es so, wenn ihr weiter forscht, dann seht ihr jetzt hier, könnt ihr quasi die Stufe immer weiter erhöhen. Es geht aber auch immer zu Kosten der Zuverlässigkeit. Also ihr könnt die Panzerung da ziemlich stark hoch treiben, aber müsst eben darauf achten, dass die Zuverlässigkeit sinkt. Dann müsst ihr bei vielen Waffen beachten, die haben vielleicht Effekte, die so erstmal gar nicht ersichtlich sind. Zum Beispiel nehmen wir den Flammenwerfer. Der Flammenwerfer ist gar nicht so gut. Ich habe mir den zum ersten Mal angeguckt und dachte mir so, wieso brauche ich diesen Flammenwerfer? Er bringt mir ja erstmal gar nichts. Den Flammenwerfer bekomme ich aber, sobald ich die Pioniere hier erforscht habe. Und wenn man sich das dann mal anschaut, dann sieht man, dass der Flammenwerfer auf einmal plus 20% Angriff auf die Stadt gibt. Bedeutet, wir könnten auf einmal einen Panzer bauen, der in der Stadt extrem effizient ist. Und Panzer hat natürlich prinzipiell erstmal Mali auf die Stadt. Aber durch diesen Flammenwerfer könnten wir das Ganze beispielsweise wieder erhöhen. Und um das Ganze von der Komplexität noch weiter zu steigern, zeige ich euch noch Folgendes. Wir können nämlich sagen, wir haben hier einen mittleren Panzer, den wir produzieren. Und natürlich können wir den jetzt nicht umbauen. Da kommt es dann ein bisschen drauf an, welche Wanne man quasi nimmt. Man kann nicht jede Wanne in alles umwandeln. Aber wir könnten zum Beispiel sagen, wir packen hier jetzt einen Flammenwerfer rein. Und dann müssten wir theoretisch auch sagen können, gut, das hier ist jetzt kein mittlerer Panzer mehr. Sprich, die Produktion dieses Etwas, das wir jetzt hier erschaffen, geht nicht mehr in den Pool meiner mittleren Panzer. Sondern es ist eine Unterstützungskompanie. Also wir können quasi einen Flammenpanzer als Unterstützungspanzer hinzufügen. Der dann, muss man im Detail testen geben. Falls diesen 20% Bonus durch den Flammenwerfer, der dann eben auf die komplette Division geht. Klar runtergerechnet. Aber trotzdem eben diesen 20% Bonus hat, mit dem wir vielleicht eine Division erschaffen können aus vier Infanterieeinheiten und drei Flammenpanzern. Wenn das per Regel nicht verboten wird. Und die sind dann darauf optimiert, quasi Städte zu erobern. Oder wir bauen Artilleriepanzer, die einzig und allein dafür da sind, um Infanterie zu besiegen. Oder wir arbeiten uns generell bei vielen Werten so rein, dass wir in bestimmten Situationen Vorteile haben. Wir können zum Beispiel einen mittleren Panzer noch mit Luftabwehr ausstatten. Weil wir halt wissen, dass wir mit diesem Panzer häufig vorrücken. Gegebenenfalls versuchen Kesselungen zu starten. Und dementsprechend wir eben die Luftabwehr noch oben drauf brauchen. Das heißt, wir müssen nicht nur in der Division später schauen, dass wir Luftabwehr mit reinpacken. Sondern wir können im Panzer selber schon schauen, dass es sich dort um ein stimmiges Bild handelt. Apropos Bild. Ihr könnt übrigens hier verschiedene Modelle auswählen. Und hier könnt ihr auch die Anzeige des Panzers ändern, wie das dann eben wieder dargestellt wird. Das ist natürlich sehr praktisch zur Übersicht. Und da könnt ihr auch noch einen Ausrüstungstech wählen, falls ihr das wollt. Ihr könnt natürlich auch den Namen anpassen. Ihr seht generell viele Möglichkeiten. Zusammengefasst kann man also sagen, achtet auf die Frontbreite. Achtet darauf, wenn ihr euch nicht selber drum kümmern wollt, dass ihr hier im automatischen Verbessern drin habt. Zuverlässigkeit nicht unter 70. Der Elektromotor ist ein Meme. Ergibt irgendwie keinen Sinn. Aber ich werde ihn sowas von dem Multiplayer-Rund dahin setzen. Und dann meinen verbündeten Vorträge darüber halten, dass ihre Panzer viel zu klimaschädlich sind. Aber das ist eine andere Geschichte. Und dann versucht einfach, euch durchzuarbeiten. Schaut euch die Werte an. Erforscht alles. Guckt wirklich mal selbst. Also ich meine, die Flammenwerfer sind bei Pioniere. Wer hat sie da erwartet? Im Nachhinein gibt es vielleicht Sinn. Aber schaut euch wirklich die Forschung an, wo ihr was freischaltet. Welche Effekte kommen noch zu diesem Standardwert hier. Zu diesen 5% Soft-Attack, die wir haben. Und probiert euch da aus. Übertreibt es nicht mit den Panzern. Es ist auch absolut legitim zu sagen, ihr packt nur ein Geschützturm drauf. Vor allem bei den alten Panzern. Es ist nämlich so, dass sie standardmäßig eine sehr niedrige Zuverlässigkeit haben. Und wenn ihr da zwei Türme drauf klatscht, was ja auch sehr historisch ist, dann fährt das Ding halt einfach irgendwann mal nicht mehr oder braucht zu viel Treibstoff. Also bis jetzt hat meine Panzer nie alle Module belegt, sondern immer nur ein paar davon. Und natürlich später ergibt es natürlich Sinn zu sagen, okay, hier, wir sehen ja, wenn wir drüber hovern, das hier gibt jetzt zwei Soft-Attack zum Beispiel. Und das hier würde aber Soft-Attack auf 3,7 erhöhen. Denkt dran, pro Panzer. Wenn ihr natürlich 5 Panzer da reinpackt, ist der Wert höher. Aber zugegebenermaßen, ja, es ist etwas gewöhnungsbedürftig, mit diesen Werten hier zu arbeiten, weil man die ja sonst nur von den Divisionen kennt. Aber ja, probiert euch aus. Ihr könnt gerne eure Erfahrungen in die Kommentare schreiben. Ihr könnt prinzipiell jetzt nichts ganz schief machen. Falsch machen meine ich. Ja, genau, die abgeschrägte Panzerung. Wenn ihr zum Beispiel den T-34 nachbauen wollt, dann müsst ihr das hier reinpacken. Ob die plus 20% Panzerung jetzt natürlich sinnvoll sind, sei dahingestellt. Aber ihr könnt auf jeden Fall, man merkt es auch einfach an den Sachen, die existieren. Man kann sehr gut historische Panzer nachbauen. Und ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Ich bin mal gespannt, ob man irgendwelche dreitürmigen Panzer übers Wasser zur Landung in London quasi rüberschicken kann. Ob das funktioniert. Flammenwerfer natürlich. Ohne Flammenwerfer machen wir hier gar nichts mehr. Oder was es da sonst noch für coole Entwicklungen geben wird. Dann hoffe ich, dass ich euch damit so ein bisschen Einstieg erleichtern konnte. Natürlich könnt ihr auch einfach sagen, okay, ich mache automatisches Muster und dann baut euch die KI irgendwas zusammen. Das könntet ihr auch machen, bevor ihr natürlich ganz lost seid. Aber wichtig ist nur, achtet darauf, dass die Werte, die ihr braucht, hoch sind. Achtet, Zuverlässigkeit nicht zu niedrig, Treibstoffverbrauch nicht zu hoch und natürlich Produktionskosten, je nachdem, was eure Industrie hergibt. Habt Spaß damit und ich freue mich auf jeden Fall auf Multiplayer-Runden. Das wird unglaublich witzig, zumal diese Standard-Meta-Sachen auf jeden Fall komplett aufgebrochen werden. Dann war es das jetzt soweit von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Ciao, Leute.